Gefangen. Es geschah letztes Jahr. Ich war gerade in dieser Werde-Fit-Phase und eine Freundin empfahl mir zu joggen. Sie gehörte zu den Menschen, die es mochten, regelmäßig für mehrere Stunden in der Wildnis zu verschwinden und durch Matsch zu warten, die sich auch an Zweigen im Haar nicht störten oder daran, ihre Gummistiefel in Sümpfen zu verlieren. Ein Nebeneffekt davon war, dass sie eine sehr dünne und schöne Haut besaß. Darum entschied ich mich, es auszuprobieren. Es stellte sich heraus, dass man nicht einfach am Straßenrand parken und loslaufen kann. Scheinbar kaufen sich die meisten Leute vorher erst mal ein Wanderbuch, planen die Strecke und wissen am Ende genau, wie weit sie laufen und wie lange sie brauchen werden. Dank meines anfänglichen Enthusiasmus war ich ziemlich weit gekommen, bevor ich mich entschied, wieder nach Hause zu gehen. Ich weiß nicht einmal mehr, wie lange ich gelaufen war, doch irgendwann drehte ich um und trat den Rückweg an. Nach ungefähr einer Stunde begann ich zu realisieren, dass ich wohl falsch abgebogen sein musste. Weitere zwei Stunden später verfluchte ich meine Freundin und wünschte mir, ich hätte sie nie getroffen. Ich hatte mich vollkommen verirrt. Ich überlegte, mit meinem Telefon Hilfe zu rufen, entschied mich aber dagegen. Meine Freunde würden sich vermutlich wochenlang darüber lustig machen, wie ich es fertiggebracht hatte, bereits in den ersten fünf Minuten die Orientierung zu verlieren. Und mir war klar, dass wenn ich sie jetzt anrufen würde, die Witze niemals aufhören würden. Jedenfalls, ich wusste nicht, wo ich war. Die einzigen Landmarken um mich herum waren Bäume und noch mehr Bäume. Ich wüsste auch nicht, was ich ihnen hätte sagen sollen. Hey, könnt ihr kommen und mich abholen? Ich bin hier mitten in irgendeinem Wald, neben einem Baum, der ein bisschen wie ein verwirrter alter Mann aussieht, wenn du schielst. Würde nicht wirklich funktionieren. Die einzige Option war also, weiterzugehen. Weitere zwei Stunden vergingen und ich wurde langsam wirklich nervös. Ich hatte spät am Tag angefangen und schon jetzt konnte ich die Sonne hinter den Bäumen sinken sehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich immer noch hier draußen herumirren würde, wenn es dunkel war, wuchs sekündlich. Zu allem Übel musste ich bereits schon 15 Minuten vor Anbruch der zweiten Stunde pinkeln. Und nun schrie meine Blase bereits. Es würde wohl darauf hinauslaufen, dass ich mir entweder in die Hose machte oder zwischen die Bäume pinkeln musste. Keines von beidem war sonderlich verlockend. Jungs, ihr wisst gar nicht, wie viel Glück ihr habt, dass ihr in der Lage seid zu pinkeln, ohne Angst haben zu müssen, Urin auf die Schuhe zu bekommen. Ich trug an diesem Tag meine neuen Laufschuhe, die ich gekauft hatte, um mich noch mehr zur Fitness zu motivieren. Und es ist wohl überflüssig zu betonen, dass ich keine Lust verspürte, sie mit Urin zu trinken. Ich war bereits wirklich verzweifelt, als ich zu meiner Erleichterung ein Objekt im Wald erkannte, das ich als Toilette identifizieren konnte. Es war eine dieser Hightech-Toiletten. Diese mit je einer Kabine für Männer und Frauen, deren Tür sich abschließt, sobald du die Tür zugezogen hast. Die Toilette spült, sobald du aufstehst. Und das Waschbecken spendet Seife, Wasser und heiße Luft, sobald du deine Hände darunter hältst. Du kennst diese Dinge. Diese Dinge, die jeder hasst, weil einem überall Schilder sagen, dass sie nur für xy Minuten verschlossen bleiben wird. Sich jetzt mitten im Nirgendwo zu befinden und seit Stunden keinen Menschen gesehen zu haben, ließ mich jede Sekunde zählen. Exakt drei Minuten und 30 Sekunden, die Zeit, die ich brauchte, um meine Hände zu waschen, immerhin noch innerhalb des vorgegebenen Limits, drückte ich den großen roten Knopf, wollte die Tür aufstoßen und es geschah nichts. Ich betätigte ihn abermals, diesmal mit mehr Kraft. Doch es passierte wieder nichts. Ich drückte den Knopf nochmals und warf mein ganzes Körpergewicht gegen die Tür. Aber es passierte nichts. Ich versuchte beides gleichzeitig, aber auch das half nicht. An diesem Punkt war ich nur leicht besorgt. Im schlimmsten aller Fälle würde ich nur 15 Minuten warten müssen, bis ich die Tür von allein öffnete. Ich wartete und wartete und wartete. Wahrscheinlich, vermutete ich, mussten die 15 Minuten erst ablaufen. Aber anstatt, dass ich die Tür entriegelte, gingen nur die Lichter aus. In diesem Moment, gefangen in kompletter Dunkelheit, mit nichts abgesehen von dem Geruch der Toilette. Was ist los mit diesen öffentlichen Toiletten? Sie riechen niemals nach Fäkalien oder Urin. Sie haben nur diesen dezenten, neutralen Geruch. Doch entschied ich, dass es endgültig Zeit für Panik war. Ich wühlte in meiner Tasche, bis ich mein Handy gefunden hatte. Gott sei Dank hatte ich ein Handy und schaltete es ein. Anfangs war ich nicht sicher, wen ich als erstes anrufen sollte. Doch schließlich rief ich die Feuerwehr. Die kriegen doch auch Katzen vom Baum, oder? Und nun werden sie halt auch Frauen aus Toiletten befreien. Weil ich ihnen nur sagen konnte, dass ich irgendwo ein paar Meilen von der Stadt entfernt war und eine Weile zuvor ein Schild gesehen hatte, auf dem irgendetwas über einen Verkauf von Weihnachtsbäumen stand, dauerte es, bis sie mich fanden. Genau genommen anderthalb Stunden. Sie mussten mein Handy geortet haben. Und dann hatten sie weitere anderthalb Stunden gebraucht, um herauszufinden, wie sie die Türen öffnen konnten. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Art magnetische Verriegelung handelte. Am Ende mussten sie sich mit der Rettungsschere durch die Tür schneiden. Als ich es hinausgeschafft hatte, musste einer der jüngeren Feuerwehrmänner auf die Toilette. Also drückte er die Tür zur Männerkabine auf und ging hinein. Fragt mich nicht, wieso er durch mein Erlebnis nicht gewarnt gewesen war. Ich denke, er musste einfach nur sehr nötig. Auf jeden Fall wollte die Tür, wie bei mir, nicht mehr aufgehen. Also entschieden sich die Feuerwehrmänner, dass es wohl wert wäre, zu sehen, ob noch jemand anderes eingeschlossen worden war. Sie schnitten durch viel Metall. Viele von ihnen lachten darüber, wie... Wäre es nicht witzig, wenn dann noch ein armer Kerl in einer anderen Kabine wäre? Als plötzlich alle innehielten. Ich hörte ein paar andere Schimpfwörter und einer erbrach sich, direkt wo er stand. Vertraut mir, wenn ich sage, dass wenn Feuerwehrmänner sich übergeben müssen, man das definitiv nicht sehen will. Ich saß nur flüchtig, aber ich schwöre, ich werde bis ans Ende meines Lebens Albträume haben. Im Grunde genommen war da ein Mann. Oder zumindest war dort einmal ein Mann gewesen. Jetzt war dort nur noch eine Leiche. Der größte Teil der Muskeln war verfault und stank so sehr nach verrottendem Fleisch, dass es einem die Tränen in die Augen trieb. Die Polizei identifizierte den Mann anhand seiner Kleidung als einen Typen, der seit drei Wochen vermisst wurde. Seine Familie sagte, er wäre wandern gegangen und sei nie wieder zurückgekommen. Als Experten die Toilette untersucht hatten, berichteten sie, es sähe so aus, als hätte sie jemand absichtlich so konstruiert, dass sie sich abschlossen und versperrt blieben, wenn jemand die Kabine betrat. Sie testeten Blut- und Gewebeproben, welche sie gefunden hatten, um den Toten zu identifizieren und entdeckten, dass acht weitere Leute diese Toilette benutzt hatten und die meisten von ihnen vermisst gemeldet worden waren. Einige der Fälle lagen bereits über ein Jahrzehnt zurück. Die Polizei vermutet, dass jemand, sie haben niemals herausgefunden, wer, Leute einsperrt, sie verhungern lässt und später die Leichen birgt. Ein paar Meilen entfernt wurde einer der Menschen, dessen DNA in der Kabine identifiziert wurde, aufgefunden. Herz, Leber und Augenäpfel fehlten. Es ist wohl überflüssig zu sagen, dass ich seitdem bei weitem lässiger damit umgehe, draußen zu pinkeln. Hauptsache, ich muss nie wieder eine öffentliche Toilette benutzen.